Immer noch Toni. Der Schuss, das 80. Da explodiert er auf einmal. Wissen Sie noch, wie das Hinspiel lief? Die Bayern führten lange und dann kam Contra in der 90. Und jetzt kommt Ribery und macht das 1 zu 1 für den FC Bayern. Ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Hier nochmal die Situation. Toni einmal, zweimal. Jansen weg mit dem Ball und Schluss ist. In den 90 Minuten gab es 17...